Felder führt den neuen Giant Biofil XL ein. Ein einzigartiger Teichfilter, der auch als Set lieferbar ist mit UVC-Unit, Highstream-Pumpe und Silenta-Belüftungsset. Dieser Durchflussfilter ist der große Bruder vom erfolgreichen X-Flow Biofil. Er ist für Teiche bis 60.000 Liter Inhalt geeignet. Einmalig auf dem Filtergebiet sind die herausnehmbaren Kassetten. Die Filtermaterialien sind so einfach zu reinigen. In der ersten Kassette ist eine UVC-Unit gegen Schwebe-Algen montiert. Außerdem ein praktischer Halter für die Mineral-Filter-Staub-Tabletten und am Anschluss für die Luftpumpe und den Luftstein. Die zweite Kassette ist mit aus speziellem Kunststoff hergestellten Bio-Bällen gefüllt. Diese haben eine große interne Oberfläche für das Anheften von Mikroorganismen und einen sehr guten Durchfluss. Streuen Sie für einen guten Start von dem biologischen Prozess Bakterial-Filter-Start auf die Bio-Bälle. Die dritte Kassette ist mit groben Japan-Matten gefüllt. In der vierten Kassette befindet sich feine Japan-Matten. So strömt das Wasser durch den Filter. Die mitgelieferte Silenta-Luftpumpe sorgt für extra Sauerstoff im Wasser. Der aufgefangene Schlamm und Schmutz ist einfach über den Ablaufhaken zu entfernen. Um die Filterkapazität zu vergrößern, können zwei oder mehr Filter gekoppelt werden. Der Giant Bio-Fill XL von Felda. Die neue Norm auf dem Filtergebiet.